so hallo und herzlich willkommen auf dem schönen kanal angel readings ja ich begrüße dich schön dass du da bist schön dass du eingeschaltet hast ich bin der patrick und wo bist du jetzt gelandet ja du bist jetzt beim sonntaglichen bei der sonntaglichen botschaft vom wunschpartner gelandet ja traditionell hier am kanal jeden sonntag ja die energien die wir hier einfangen für die kollektivenergie die botschaft vom wunschpartner was möchte dir dein wunschpartner jetzt in der aktuellen energie mitteilen ja kann sein dass ich irgendwo ein bisschen mehl oder sonst was kleben habe weil ich habe gerade mit meinem sohn immer an plätzchen gebacken deswegen kann es sein dass hier immer ein kleiner mehlfleck sein kann es gibt uro mas vanillekipferl und engelsaugen mit marmelade und nutella drin naja so der teig ist gerade im kühlschrank ich habe jetzt eine stunde zeit und nachdem hier ja da machst du doch jetzt mal die botschaft vom wunschpartner für meine liebe community und wir wollen mal anfangen wir mischen natürlich live ja kein großes deck wir machen hier immer eine klassische neuner legung das ist ja der klassiker im lenormand deck und ja wir fangen einfach mal an ich werde euch jetzt auch mal die meditation einspielen und zwar hat das einen ganz einfachen grund wenn ich readings mache persönliche readings komme ich auch nicht nach hause schmeiße meinen rucksack in die ecke schmeißt die karten auf den tisch und fange an nein so funktioniert das nicht ich muss mich natürlich auch immer auf die energie einlassen ich muss die energie einnehmen von der von dem lieben menschen der hilfe braucht da mache ich auch immer eine kleine meditation damit ich runterkommen mit der alltag draußen bleibt damit ich die energie aufnehmen kann und genau das machen wir jetzt auch noch mal eben ich spiele euch das ein wer es nicht möchte kann es natürlich gerne vorspulen kein problem aber für die dies möchten die jetzt sagen okay ich gönne mir jetzt mal drei drei vier minuten dass ich den alltag einfach mal draußen lassen kann und spiele ich euch mal eben meine meditation ein und dann würde ich sagen ja wir hören uns dann gleich wieder und bitten um die botschaft von deinem wunschpartner so meine lieben also ich habe ich jetzt einfach mal dieses schöne entspannte bild eingeblendet jetzt ja nehme ich diese meditation die ich auch immer vor dem persönlichen reading mache auf ja und spielt ihr euch immer mal ein wenn wir ein orakel gemeinsam machen damit wir vor dem video so ein bisschen runterfahren damit wir uns ein bisschen entspannen damit wir ja ein bisschen frei sind im kopf und im geist für ja die frage damit wir hier die energien besser wahrnehmen können dass wir ja die resonanz vielleicht wissen besser haben irgendwie und dazu möchte ich euch jetzt einfach bitten ihr euch bequem hinzusetzen sich gemütlich zu machen wenn es geht keine beine keine arme über kreuz und einfach in die atmung zu gehen alltag draußen zu lassen die augen zu schließen so wie ich das jetzt auch mache und beim atmen euch einfach vorstellen ihr atmet saubere gute klare energie ein saubere energie beim ausatmen da geht alles was nervt was stresst aus dem körper raus das kann ja das könnt ihr euch vorstellen wie so alter grauer staub der herauskommt und schlechter energie beim einatmen auch ruhig vorstellen dass ihr ja silberne blitzer einatmet der ist sich in eurem körper verteilt wir haben die augen geschlossen suchen an nichts zu denken wenn ihr euch das schwerfällt ja dann dann konzentriert euch einfach auf euren atem sucht den alltag draußen zu lassen er hat jetzt gerade eben gar nichts zu suchen wenn ihr so richtig schön entspannt zeit ja dann geht ihr wieder in euren raum das ist ein raum der sieht so aus wie ihr euch den vorstellt wo ihr euch dann nehmt ihr dort platz habt es bequem dann stellen wir uns unseren partner vor wir spüren seine energie spüren ihn vor uns wir sehen ihn mit unserem geistigen auge wenn wir ihn so richtig wahrnehmen können dann bitten wir ihn in unseren raum hinein platz zu nehmen jetzt sehen wir wie er vor uns sitzt wir nehmen seine energie wahr seine anwesenheit nehmen wir ihn wahr wenn das wirklich stark ist und wir ihn wirklich vor uns sehen und spüren dann stellen wir ihm die frage was hast du heute für eine botschaft okay jetzt sind wir einigermaßen connected ich beende jetzt die meditation und wir fangen an mit karten legen so meine lieben ja wir sind jetzt so ein bisschen connected das heißt also wenn du merkst dass du in der energie bei jemandem drinnen bist dann spürst du das meistens hier so bei ein angenehmes kribbeln das nimmst du war verlass dich da drauf dann bist du da bist du drin und ja ich würde sagen wir fangen auch jetzt gleich mal an ich suche mal den guten herrn heraus da ist er ja auch schon schön gekleidet ach so ja ich bin auch schön gekleidet aber mich wird jetzt keiner mehr sehen so mache ich mich mal klein ein patrick und da ist der mann legen jetzt einfach mal so hin und wir machen das wie immer ich mische jetzt hier einfach noch mal acht karten dazu für die neuner legung der frage was hast du heute für eine botschaft 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 also zwei zwei brauchen wir noch so dann wollen wir noch mal schauen was wir hier heute für eine schafft erhalten so okay so dann habe ich natürlich immer nach dem mission erstmal die unterseite des kartendecks das ist hier der mann mit dem anker die stabilität der halt die festigkeit und da habe ich ja ein pferdchen so das ist ja der reiter der steht ja auch erst mal immer für gute botschaften gute neuigkeiten gute nachrichten und wir wollen mal gucken muss das jetzt erstmal alles schön machen wer schon mal ein reading hatte der weiß der kennt den spruch ich habe die karten dann verdeckt durcheinander gemacht und an der stelle aufgedeckt an der du die jetzt siehst so so jetzt müssen wir mal gucken dass das schön ausschaut okay so das schaut doch schon mal gut aus na das kann man mal so liegen lassen ich bin gar nicht im bilde so also was haben wir denn da die botschaft vom wunschpartner was möchte uns der wunschpartner oder was möchte dir dein wunschpartner heute der kollektivenergie sagen ich sage es immer wieder kollektivenergie ist natürlich für alle ja wenn du es ganz genau wissen möchtest für persönliche readings schreibt mich einfach an meine whatsapp handynummer ist immer in der infobox aber wir schauen jetzt hier mal rein und gucken was denn der gute wunschpartner so zu sagen hat wir haben hier als hauptenergie den anker so das ist ja eine karte für stabilität für halt für festigkeit für sicherheit auch im leben und ich sehe schon hier wenn der reiter fällt also er hat schon erkannt dass er sich bei dir sicher fühlen kann ja der reiter das sind gute nachrichten das ist ein positiver aufbruch das ist ein positiver ausgang ja hier kommen schöne dinge in bewegung also er wünscht sich hier schon einen positiven aufbruch in bezug auf dich weil er irgendwie schon merkt er ist bei dir in der sicherheit ja er ist auch ja irgendwie bereit für dich berge zu versetzen wir hören wir hören genau wir sehen hier ja das kind das ist ja eine karte für den beginn für den neu beginn dass da etwas los geht dass da etwas anfängt auch wenn es hier irgendwie gewisse schwierigkeiten gibt das sehe ich auch hier wo die schlange liegt diese auch immer so ein bisschen für den komplizierten weg da hier die berge der beginn auch wenn es schwierig wird ja hier in richtung klarheit ja dass die sonne der stern gefallen der stern klarheit fülle wunsch erfüllung also er möchte schon auf jeden fall möchte er dir näher kommen auch wenn es schwierig wird also ich sage es sieht mir hier schon so aus als wäre er bereit für dich berge zu versetzen die ganze sache bei euch kommt mir hier so ein bisschen schwierig vor ja da gibt es komplikationen da gibt es ein paar umwege lange wege komplizierte wege die schlange ist hier gefallen das kann natürlich eine andere person sein eine andere frau das kann aber natürlich auch einfach verstrickungen sein in alte geschichten das kann ein langer weg sein komplizierte wie komplikationen ja aber er ist da wohl schon bereit hier einen gewaltigen kraftakt für dich in kauf zu nehmen oder ihr beide um hier eine transformation herbeizuschaffen ja also der sarg das ist ja auch eine karte wo man sagt da geht etwas zu ende und etwas neues darf beginnen kann auch sein dass es sich von seiner jetzigen partnerin trennt und hier etwas zu ende gehen lässt in bezug auf die schlange und hier etwas neues beginnt ich muss in der kollektivenergie natürlich immer etwas allgemeiner deuten aber es könnte auch sein dass die komplikationen aufhören oder diese schlange diese andere frau dass er sagt okay ich lasse das jetzt zu ende gehen und lasse etwas neues beginnen das könnte auch der berg hier sein diese schwierigkeiten diese hürden aber er möchte den neu anfangen weil er sich mit dir die wunscherfüllung vorstellen kann eine schöne beziehung zu haben eine positive schöne beziehung ja er weiß auch dass das ein bisschen unklarheiten mit sich bringen wird hier das buch an der stelle ja das ist ja ein wissen das ist ja ein neues kapitel das ist ein geschlossenes kapitel er möchte also dieses kapitel schließen ja ich denke auch dass es an ihm nagt dass er nicht so einfach zu dir kommen kann die mäuse die stehen ja immer dafür dass man ein bisschen kummer hat dann sehe ich ja auch hier mit dem berg mit der schlange aber ich sehe schon der mann ist hier wild entschlossen du siehst ja wie er hier sitzt und schaut und überlegt wie er eine lösung herbeiführen kann wie er klarheit da reinbringen kann was euch beide angeht also er sucht nach einer lösung um den kummer zu besiegen um die unklarheit zu besiegen und er würde hier wirklich für dich berge versetzen dass hier was in schwung kommt weil wir dürfen nicht vergessen die hauptenergie stabilität halt sicherheit die nachrichten positiver aufbruch er ist absolut dabei hier die weichen zu stellen für eure beziehung auch wenn es schwierig wird der berg wie gesagt hürden schwierigkeiten blockaden in bezug auf den neuanfang und die wunscherfüllung aber er will das unbedingt das kann also mein impuls ist einfach jetzt hier dass hier eine andere frau auch eine rolle spielt dass er das beendet der sagt das geht zu ende und etwas neues darf beginnen und er ist gerade dabei diese dinge so zu regeln dass das alles auch hand und fuß hat also es schaut gut aus ich kann nur sagen es gibt natürlich männer die sind dann auch gerne mal im rückzug ja um sich über sowas jetzt auch gedanken zu machen das heißt nicht immer gleich dass wenn der mann im rückzug ist dass er dann auch nicht mehr auf dich zukommt oder dass er dich vergessen hat nein bin ja selbst ein mann männer ziehen sich auch gerne mal zurück um dinge zu planen um sich über dinge im klaren zu werden und das ist hier so ein fall wo ich sehe okay da gibt es hürden da gibt es komplikationen vielleicht eine andere frau der hier erst was beenden muss aber der neu beginn die wunscherfüllung die sicherheit die positiven nachrichten die liegen ja da und er wird hier aus diesem gedenke herauskommen weil diese karte spricht mich sehr an hier im deck wie er da sitzt und sich wirklich hier gedanken darüber macht wie er das alles am besten anstellt und von daher er kann ja dabei nur gutes herauskommen also es schaut gut aus meine lieben das kann man auch getrost mal so liegen lassen es ist keine leichte zeit jetzt ich sehe das schon ja aber wir haben hier ein mann der sagt help oder top entweder oder alles oder nichts und er ist dabei die dinge so ja in die wege zu leiten dass dabei am ende des tages auch alle zufrieden sind na also von daher ja kopf hoch wenn dein wunschpartner im rückzug ist und du bist jetzt mit dieser legung in resonanz gegangen dann hat das auch den einfachen grund dass er für sich dinge plant und überlegt wie irgendetwas anstellt in naher zukunft und das sollte man ihn dabei auch nicht stören unterstützen ja stören nein und von daher schaut es doch da ganz gut aus ja wenn du nicht in resonanz gegangen bist und sagst du das ist jetzt eigentlich gar nicht so mein thema da gibt es keine andere frau keine verstrickungen ja klar dann schreibt mich gerne an wie gesagt meine nummer ist in der infobox schreibt mir einfach eine whatsapp nachricht und dann machen wir direkt was aus für eine persönliche legung preise alles steht da auch drin ist bei mir alles total unkompliziert na ok meine lieben dann würde ich sagen ich entlasse euch jetzt in diesen wunderschönen sonntag seid entspannt habt eine gute zeit zeit lieb zueinander wenn es euch gefallen hat zeigt es mir gerne mit einem daumen rauf schreibt mir auch gerne die kommentare rein und ansonsten ja wenn du abonnierst freue ich mich weil dann bist du teil der schönen angel readings community na alles klar meine lieben wir sehen uns bald ciao arrivederci bis dann